Ah, gebackener Wellenkamm, ha, willkommen zurück zu, äh, Wells Arbor, ja, äh, dem Spiel, bei dem ich nicht ins Dorf zurückrenne, um dieses fantastische Ding zu sehen, was ich sehen soll, ist mir egal, ha, ich renne zurück, ich ignoriere meine Abonnenten, ich, äh, verliere jetzt auf der Stelle 50 Abonnenten. Ja, ähm, Sequenz, war da eben was, was meinst du, Kumpel, noch ein Boss und jetzt aktiviert sich wieder irgendwas, wahrscheinlich Mech-Affe, ha, so, Mech-Affe, dass immer irgendein Update will, ja, ja, ach, ich hatte recht, haha, ist das schön, genau jetzt beim Let's Play, ach, ist das schön, irgendetwas ist hier merkwürdig, ja, alles, es ist so still, wir werden nicht eingegriffen von irgendwelchen, what the fuck, da kommt was. Was ist denn das jetzt wieder? Was, nein, halt ab, du Scheiße, blablabla. Nein, kommt, ach, nö. Wie werden sie nur aus dieser Situation entkommen? Don, 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 wer seid ihr Typen, was wollt ihr? Haltet sie in Schach, ich mag Schach. Oh, nö. Okay, noch ein Kampf, na gut. Ähm, wer ist die Leute? Was geht hier? Äh, was ist hier los? Wir müssen hier Ur-U-Tor beschützen, das ist alles, was zählt. Blin-Seer. Ja, jetzt sterben wir erstmal. Freude. Paralyseer. Jo, nein. Dö, 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 hätten wir mehr trainieren sollen? Wir sind eigentlich ziemlich schwach. Alle Monster hier in dieser Ebene sind sehr viel stärker als wir Ebene. Ich wollte natürlich sagen, Wald. Ja gut, ja gut, äh, was machen wir denn jetzt am besten? Äh, wir machen jetzt mal wieder Kippo richtig doll stark. Okay, machen wir. Hui! Damit ihr überlebt. Stärkfugos. Oh, schöne Scheiße. Äh, Freddy? Fragezeichen, Männer? Fragezeichen, man. Na gut, ähm, Heilung auf... Ach, der hier. Du, 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 und wir greifen, wir sind alle gleich stark. Ähm, Blin-Seer, auf, das sind irgendwelche Samurai, oder Schwunen, ach, das sind irgendwelche Soldaten aus diesem aktuellen Land, in dem wir uns hier befinden. Wahrscheinlich dürfen wir keine Waffen tragen oder sowas. Hey, Blin-Seer hat nicht geklappt. Ja, jetzt sind sie gearscht. Jetzt sind sie so wie tot. Das hätte sie sich vorher überlegen müssen. Okay, und dann Blin-Seer auf den dritten. Denn er ist der Nächste in der Reihe. Ah, das klappt ja ganz hervorragend. Und das ohne diese Lupe, die uns alles verrät, geil. So, dann setzen wir ein... Ach, normaler Angriff. Auf die, die nicht geblendet sind. Schattenhauch klappt doch eh... Was? Die können sich heilen. Nein, ist das unfair. Das ist unfair. Das sehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein. Hä, äh, Konter. Bringt ja mal gar nichts. Na gut, dann greifen wir eben aufs Schieds zurück. Hui! Hoffentlich haben die nicht auch sowas. Hm, hm, hm. Fragezeichen Mann. Äh, ganz viele HP, ganz viele MP. Level 16, sieben Fehler. Ein Soldat einer unbekannten Armee. Ich kann mir schon denken, welcher. Äh, Statusabwehr. Gegen alles schlecht. Äh, Elementabwehr. Also, Schatten wirkt hier ganz gut. Und Kon... Fuß. Gut. Ähm, blind. Blind, blind. Wo ist blind, 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 blind? Ah! Gegen blind und stumm sind die ganz schlecht. Gut. Gut. Auch wenn sie alle identisch aussehen, so hat doch jeder Soldat seine eigenen Stärken und Schwächen. Ach, na toll. Genau sowas habe ich gerade in einem Topic bei Multimedia Access, äh, geschrieben. Oder gelesen und geschrieben. Dieser Soldat ist für den offensiven Kampf zuständig. Er richtet den meisten Schaden an. Vorsicht von dem Zustand sehr, die er oft anwendet. Aha. Und der Zweite und der Vierte sind ja wahrscheinlich diejenigen mit den Items. Alles klar. Dann werden die jetzt eben, äh... Bäh. Ja, was eigentlich? Hm. Stumm? Ach nee, das hätte ich auf die anderen anwenden müssen. Äh, wurscht. Äh, wir sollten erstmal einen ausschalten. Och, klasse. Nein. Ähm... Ja. Dankeschön. Ich hab euch total lieb. Wir müssen ihn wieder heilen. Dann darf Gegner eins wieder angreifen, aber dann dürfen wir wieder angreifen. Und wir müssen es jetzt einmal erledigen. No. Nee, komm. Ach nee, die sind... Die schlafen ja. Ach, jetzt nicht mehr. Gut, ähm... Nochmal Blinze auf den hier. Miau. Zack. Und geblendet. Was macht er? Wurz, der trifft nicht. Hä? Ich wusste es. Ich bin das wandelnde Orakel. Paralyse, er trifft. Nicht. Ich bin das wandelnde Orakel. So. Oh. Heilen. Ähm... Sie kann sich nicht wehren. Also, sie. Die Sokoline. Es sind so viele. Macht es überhaupt Sinn zu kämpfen? Oh, gute Frage. Ach. Ach. Äh, äh, müssen wir eigentlich verlieren? Bestimmt nicht. Komm, das sind nur Menschen. Wir sind gegen Weitlos Steckerecki angekommen. Ähm. Ähm. Hm. Gegen eins. Verfehlt. Und seins trifft jetzt. Nicht. Ich bin das wandelnde Orakel. So, dann heilen wir mal wieder Kibon. Ach ja, Kämpfe. Kämpfe sind, äh, total toll. Nachwehr schläft jetzt. Ach, toll. Mitten im Kampf schlafen. Oh, gefährliche Gegner. Schlafen. Schlafen. Das kann Kento sowieso am besten. Ja, tut mir leid, Namika. Ich kann dir gerade nicht in ICQ antworten. Ich mache gerade ein Let's Play. Ähm. Da, 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 da. Wie ich sehe, macht sie jetzt auch ein Offplay. Alles klar. Danke, Namika. Daumen hoch. So. Hm. Ja, ich weiß nicht. Die Mauer ist doch fertig. Nochmal der Erste. Komm. Ja, gut. Ah, nicht ganz gut. Hm. Ach. Hm. Na gut, Kuria. Aber dieses Video wird wieder nur aus Kämpfen bestehen. Und Delta. Dreier-Kombo. Auf den da. Zack, zack, zack. Er lebt ja noch. Sie sind mächtig. Sehr mächtig. Hm. Und wir können kontern. Ah, verflucht nochmal. Na. Nicht gut. Mentaltropfen. Buni. Wusch. Heile. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, komm. Das ist bestimmt ein Online-Spiel und ich kämpfe gegen den echten Spieler. Ja, ja. Am anderen, am Ende sitzt Lachsen. Und verarscht mich. So. Da er sein Spiel irgendwie nicht auswendig kennt. Du. Ach. Ach. Nein. Gut. Ah, verdammt. Stumse. Ach, Blinse. Komm. Du hier. Nein. Du bist so langsam, Kibon. Warum bist du so langsam? Du bist mir Schlaftablette. Schallschwung. Ja. Du bist so langsam, Kibon. 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 Und muss im Off-Play trainieren. Ja, 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 ja. Wird denn damit gerechnet? Ach. Mal heilen. Ja, ist lustig. Ähm. 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 Ich weiß nicht mehr weiter. Ähm. Sterben. Stirb. Und der eine heilt ihn jetzt gleich. Was? Oh, Mann. Mann, was? Die in der ersten Reihe können alle... Oh, Mann. Und dann heilen die sich ohne. Und dann werden die geblendet. Und dann wieder heilen. Und so ein Kack. Und... Ach, da ist Laune. Ach, nee, du. Ach. Komm. Komm. Wucht sehr. Blabla. Nein, Kennto, es macht keins, um zu kämpfen. Ist das unfair? Ah, nein. Ach, na kaum. Ganz so frustrierend wie Megaman ist es nicht. Nur doppelt so viel. Okay. Wenn die Lichtschlag haben, drehe ich durch. Höhe. Das ist... Ach ja, der ist ja blind. Hoin. Ich gebe es auf. Ich gebe es effektiv auf. Äh. Du hast mich auch fertig. Jep. Ausgezeichnet. Oh. Wir konnten gar nicht gewinnen. Vielleicht hätten wir es doch gekonnt. Es ist zwecklos. Diese Mission ist gescheitert. Verdammter Mist. Wieso? Wieso dieser Angriff? Wieso so viele? Ach, nein. Nein, was in aller Welt ist so zu bedeuten? Es kann doch nicht sein. Komm, wir verrennen zu spät. Ich wollte aber gewinnen. Was ist das? Eine... Was? Ich bin rausgekommen. Ich stehe wie... Kibon Soko, Herr Uroto! Aha. Überraschend gute Leistung. Ich bin stolz auf dich, mein Vater. Ist das mein Vater? Ich wollte gewinnen. Ich will gewinnen. Ich trainiere jetzt. My・ after pennيت groß. Ich HS sandifflügel. Ich bin zukünft algum. Ich binchnet готов. Vielen Dank.